Wie du berühmte Persönlichkeiten kennenlernst. Ja Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich euch einfach mal mein Mindset geben darüber, wie ihr berühmte Persönlichkeiten kennenlernt, beziehungsweise wie ich allgemein darüber denke. Viele von euch verfolgen mich auf Facebook und dort seht ihr immer wieder Bilder. Wie zum Beispiel, vor kurzem waren wir bei Google, mein Geschäftspartner und ich. Und da haben einige tausend Leute geschrieben, krass, warum wart ihr denn bei Google? Wie schaffe ich es auch zu Google zu kommen? Und ich kann euch mal direkt sagen, und das ist eben bei allen Leuten so, bei fast allen so, die ihr wirklich seht mit mir, die Fotos, prominente Leute aus Deutschland, aus den Staaten und so weiter. Ich habe die Einstellung oder mein Mindset ist, das habe ich mal irgendwann gelesen in einem Buch von, ich glaube von Brian Tracy, dass er gesagt hat, hey, wenn du wirklich krass bist in dem, was du machst, dann kommen diese Leute zu dir. Und das habe ich ganz früh gelesen, ganz früh am Anfang meiner Karriere. Und deswegen habe ich mir immer gesagt, nein, ich krieche nicht bei irgendwelchen Leuten. Ich möchte, dass Leute zu mir kommen. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, natürlich ist Richard Branson nicht zu mir gekommen. Das war natürlich, weil ich auf einer Veranstaltung gesprochen habe, wo er auch war. Aber ich habe auf dieser Veranstaltung gesprochen, weil ich mir erst meinen Namen aufgebaut habe. Und dadurch habe ich Richard Branson kennengelernt. Wie auch immer. Was ich euch damit sagen will ist, sie sollte die Einstellung haben, so gut zu werden in dem, was sie macht, dass die Leute zu euch kommen. Weil ansonsten seid ihr Blender. Ihr seid Blender, wenn ihr eben die ganze Zeit irgendwo rumlungert auf irgendwelchen Partys und versucht die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten in Kontakt zu kommen. Natürlich, es gibt jetzt, muss man dafür nicht wieder generalisieren. Es gibt Branchen, da müsst ihr das tun. Da habt ihr eben keine andere Wahl. Da müsst ihr eben wirklich abwarten, dass Leute zu euch kommen. Oder da müsst ihr wirklich proaktiv auf Leute zugehen. Möchte ich nicht verallgemeinern. Das steht mir nicht zu. Aber es bringt euch nichts, zu versuchen, die Leute die ganze Zeit anzuschreiben und denen hinterherzulaufen. Was nämlich viel, viel sinnvoller ist, ist irgendwas zu machen, was wirklich Substanz hat. Und okay, dann könnt ihr vielleicht nochmal diese Leute anschreiben. Aber generell, ich sage es euch ganz ehrlich jetzt, die meisten Leute kommen irgendwann zu euch. Wenn ihr ein gewisses Level erreicht habt, egal in was ihr macht, egal in welcher Branche, egal in welchem Business, irgendwann kommen die Leute zu euch. Und das ist mein Mindset. Ich sage mir, nein, ich kriege über niemanden. Ich möchte, dass die Leute zu mir kommen. Oder nicht, das ist schon fast zu arrogant. So denke ich nämlich nicht. Ich sage aber, Erfolg zieht Erfolg an. Und wenn ihr ein gewisses Level erreicht habt, dann kommen einfach Leute zu euch. Und das ist mein Mindset. Hey, das ist mein Mindset, dass ich wirklich sage, ich möchte so gut sein, dass diese Person gerne mit mir redet. Das meine ich eher. Und nicht, weil ich mich irgendwie aufgedrängt habe. Versucht doch einfach, etwas aufzubauen mit Substanz. Und wenn ihr wirklich Substanz habt, wenn ihr wirklich etwas geschaffen habt, dann ist es natürlich auch interessant für andere große Leute in Anführungszeichen. Wobei jeder Mensch gleich viel wert ist, das soll nichts heißen. Es ist einfach nur, es gibt halt Leute, zum Beispiel Unternehmer, die sind einfach stärker aufgestellt, haben schon Millionen Unternehmer aufgebaut. Und die unterhalten sich natürlich lieber auch mit Leuten, die Millionen Unternehmer aufgebaut haben. Das ist ja nicht böse gemeint, sondern die Unternehmer haben immer wenig Zeit und müssen gucken, wo sie mit ihrer Zeit hin können. Oder hin sollen, wie auch immer. Also mein Mindset ist, baut euch was auf und dann lasst nicht die Leute auf euch zukommen. Das klingt auch schon so arrogant. Aber habt einfach mal das Mindset Erfolg zieht Erfolg an. Und es bringt euch nichts, eben die ganze Zeit Leute hinterher zu laufen und versuchen, sich an diesem Rockzipfel hochzuziehen. Ja, so sehe ich das eher. Das ist eher das, was ich meine. Weil jeder Mensch hat die Möglichkeit, etwas aufzubauen. Und es ist viel cooler, mit jemandem auf Augenhöhe zu reden oder zumindest annähernderweise auf Augenhöhe, anstatt zu versuchen, die ganze Zeit irgendwelchen Leuten hinterher zu reden. Weil das ist ein großer Irrglaube, dass man denkt, nur weil man irgendwen kennt, der erfolgreich ist, wird man auch erfolgreich. Natürlich kann man sich Mindsets adaptieren. Aber wenn von vornherein das Mindset schon falsch ist, wenn man denkt, man wird nur deswegen erfolgreich, dann ist es Quatsch. Ja, das ist vollkommener Quatsch. Okay, soweit, so gut. Ich wollte euch mal kurz meine Meinung diesbezüglich geben. Wenn dir das Video gefallen hat, tut mir einen Gefallen, gib diesem Video einen Daumen hoch, beziehungsweise like das Video, abonnier meinen YouTube-Channel oder beziehungsweise like meine Facebook-Page und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles, alles Gute. Ciao.